Hallo Leute! Willkommen zurück zum Aubertruck Simulator 2. So, wir fahren das letzte Mal in Dortmund. Und dann schauen wir mal was Dortmund Dresden. 441 Kilometer mit einem Volvo. Carlisle? Nein. Na sicher nicht. Cambridge, Dover. Das ist ja alles England der Rest. Metz, Manchester, Zürich. Nach Zürich können wir fahren. 2500. 3500 für 400 Kilometer. Das bringt Zürich. Das ist mehr. Fahren wir nach Dresden. Bleiben wir innerhalb von Deutschland. Nicht meiner Heimat. Fahren wir das. Gut, gehen wir es an. Wir warten, dass wir schalten das ab. Genau so. Wir haben ja hier ein Navi. Wenn wir Tournbrennen, dann brauchen wir kein Navi unten eingeblendet haben. Schlafen müssen wir nicht. Diese Touren sollten sich eigentlich meistens ausgehen ohne. Ganz vergessen, dass der Truck ja tief erklärt ist. Ja, ich stehe voll am Gas. Vielleicht solltest du es nicht im dritten Raum fahren, liebe Automatik. Vielleicht solltest du es nicht im dritten Raum fahren, liebe Automatik. Und wir stehen schon wieder fast. Ja, die liebe Automatik tut nicht das, was sie soll. Ja. Rett euch. Bis zum nächsten Mal. Falls es jemand sein nächstes Mal gibt. Ja, irgendwie geht mir gerade das Gesprächsteam aus. Das ist die dritte Folge, die ich jetzt am Stück aufnehme. Und die letzten zwei Folgen haben eh schon so viel gequatscht oder bequatscht. Von Rennspielen bis hin zu anderen YouTubern, die nicht LKW fahren können. Und dann alles aufs Spiel schieben. Gut, ich sage natürlich nicht, dass ich es perfekt kann, aber... Ich müsste schon eingestehen, dass ich es relativ, zumindest halbwegs, realistisch versuche. Ja. Klar, 120 fahren ist nicht realistisch, aber... 90 ist doch schon langweilig. Ich bin mühme. Na, Kollege, fahre ich jetzt langsam. Na, ich hätte fast der Mutter, dass er ein BMW-Fahrer ist, aber... War ein Volvo-Fahrer. Gegen Volvo-Fahrer kann ich nichts sagen, weil ich fahre selber einen. Mein Moll wird sicher mehr Bess als Dein. Wieso bremse ich jetzt, wenn ich die mal wollen will? Erklärbar das mir. Soviel zum Thema realistisch fahren, ehl. Ja, das Navi zeigt mir sogar schon oben links das Ziel an, aber... Ja, das Navi zeigt mir sogar schon oben links das Ziel an, aber... Ich glaube, das ist ein leichter Bug von diesen eingebauten Navi zeigt mir, dass das Ziel schon viel zu früh an. Oh, oh. So, jetzt kommen wir mal in eine Stadt, das darf ich eigentlich nicht so schnell fahren. In Kassel sind wir. Ich bin jetzt ganz genau aufs Navi schaut, der sieht, dass der vor uns eigentlich geradeaus gar nicht weitergeht. Und eigentlich sollte da vorne so eine komische Wand sein, so, und diese... mit den Pfeilen. Aber netterweise habe ich da eine Mod, die diese Pfeile entfernt. Sagen wir lieber, ob ich hinfahren muss. Also. Soviel. 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 Schöne Volvo-Intervieweer. Die Nähte sind vielleicht ein bisschen grob, aber sonst... Ein Ge panda-A3. Ein Mazda-3. Und ein... Cayenne. Das ist wohl hässlichste Porsche, den es gibt. Die Spezialfolge zum ETS 1 kann ich leider gar nicht suchen. Finde ich eigentlich schade. Weil es wird bei dieser einen Folge bleiben, also ich werde keine zweite aufnehmen. Ist ja nur so eine Special-Folge. Einfach mal zur Auflage kommen, damit man auch sieht, wie euer Truck Simulator früher ausgeschaut hat. Wie die Anfangszeiten so waren, was man damals so gesehen hat und gehabt hat. Und erst dann weiß man eigentlich den Euro Truck Simulator 2 wirklich zu schätzen, weil der schaut schon extrem gut aus. Für den Simulator hat viele neue Features, wie das Navi-System, das es ja im Einzelnen gar nicht gab. Aber natürlich, ihr habt es recht, Euro Truck 1 war zwar der erste europäische Truck Simulator, war aber vor Euro Truck Simulator 2 nicht der einzige. Es gab ja dann noch den German Truck Simulator, bzw. den Austria Truck Simulator mit dem Erweiterungspaket mit Österreich. Gut, es war ein mickriges Paket eigentlich, weil in Österreich hat man glaube ich genau drei Städte gehabt. Aber, ja, das war halt so. Und leider, leider muss ich sagen, habe ich mir damals wirklich die Austria Edition gekauft. Hat vom Preis her das gleiche gekostet. Allerdings, das Problem war dann mit den Modifikationen, dass die nicht mehr funktioniert haben. Also die, die speziell für den German Truck Simulator geschrieben haben, haben mit der Austria Edition gar nicht mehr funktioniert. Das war dann ehrlich gesagt auch die Lust an dem Spiel vergangen, weil mit den Originaleinstellungen waren die, die Lieferzeiten für die Fahrten so knapp bemessen, dass man die eigentlich kaum geschafft hat. Aber, ja, auch darüber habe ich mit Hans hier vor ein paar Tagen diskutiert. Die waren damals echt so knapp bemessen, dass man, wenn man nicht die Route gefahren ist, die eigentlich das System vorgeschlagen hat, bis sie das System berechnet hat. Ich glaube, Navi gab es ja auch keine. Also der hat natürlich im Hintergrund die Route berechnet, die am besten, schnellsten, idealsten wäre oder was auch immer. Und die hat dann wahrscheinlich mit einer relativ hohen Durchschnittsgeschwindigkeit berechnet. Und deswegen, wenn man dann das Problem gehabt hat, erstens ist man eine andere Strecke gefahren, als er ausgerechnet hat, ist man halt noch über die Landstraße gefahren, wo man natürlich deutlich langsamer war, weil die KI auch noch extrem langsam gefahren ist auf der Landstraße im German Truck Simulator. Dann hat man eigentlich keine Chance gehabt, dass man das irgendwie schafft. Was ich so weiß, weswegen wir so was bei der Darcy gesagt hat, im ETS 2 sind ja die, erstens hast du den Vorteil, dass du jetzt ein Navi hast. Das heißt, du weißt, welche Route er zur Berechnung der Fahrzeit hernimmt. Und zweitens ist es, glaube ich, mit 75 kmh Durchschnittsgeschwindigkeit berechnet. Sprich, wenn du viel Autobahn hast und eh immer 90 fährst, dann hast du eh eine höhere Durchschnittsgeschwindigkeit und schaffst die Zeit locker. Natürlich hast du das Problem, wenn du jetzt hergehst und sagst, du nimmst deine Fuhre an, bist aber schon so extrem bemüdet, dass du eigentlich nur zwei, drei Stunden fahren kannst. Dann kann es knapp werden mit der Zeit, also merke immer ausgeschlafen eine Tour annehmen, sobald man das eigene Fahrzeug hat. Lieber mal irgendwo hinstellen, da runde schlafen, vielleicht gibt es dann erstens neue Aufträge. Und ja, es ist vernünftiger, weil dann schaffst du es locker mit der Zeit, dann hast du wieder elf Stunden Fahrzeit vor dir. Wenn das so kurz ist wie die, brauchst du in der Zeit nicht einmal schlafen. Besonders schlimm sind dann diese Just-in-Time-Aufträge. Die darfst du eigentlich nur annehmen, wenn du ausgeschlafen bist. Sonst kannst du schon vergessen. Die sind so knapp im Essen, ich glaube, da darfst du gar nicht schlafen währenddessen. Aber die haben wir in unserem Haupt-Let's Play, also vor Folge 100, noch gar nicht gemacht, also... Das weiß ich nur vom Hörensagen. Unsere Videos von anderen Let's Playern, die dann auf einmal ein Zeitproblem gehabt haben. Wie weit ist es denn jetzt noch? 228 Kilometer noch. Sollte man vielleicht ein bisschen was Gas steigen, hm? Wiegt's alle ab? Höher doch nicht. 2. windy Irgendwie wirkt es doch so dunkel, ich kann mir nicht helfen. Aber ich kann mir nicht helfen, ich kann mir nicht helfen. Ach ja, ich sag's euch. Irgendwie, ich weiß nicht, das Spiel wirkt irgendwie entspannend auf mich. Deswegen spiele ich auch da Simulatoren sehr gerne. Auch wenn ich jetzt an den Landwirtschaftssimulator denke. Der ist ja auch so ein Kandidat, der mir sehr viel Spaß macht und den auch schon sehr lange gespielt habe. Also mein Hauptspielstand hat glaube ich schon 120 Stunden oder so. Ja und da habe ich auch schon ziemlich viel Gerätschaften und ziemlich viel Geld. Aber leider, leider, der Landwirtschaftssimulator ist ja bei euch eigentlich nie gut angekommen, warum auch immer. Also entweder, da baue ich jetzt gleich einen Unfall. Oder hab Glück. Komm schon ein Weg ab, danke. Was führen wir denn eigentlich? A.E. Du versuchst das nie zu Hause nachzumachen. So einfach mal während der Fahrt aus dem Fenster schauen oder so. Habe ich jetzt auch noch gemacht, weil ich erst wusste, ob die Strecke ist gerade. Und zweitens, es kommt nichts. Es ist niemand vor mir und es kommt auch nichts entgegen. Auf dem Fall scheinen wir doch immer zu langsam. Aber er hat ihn nicht gerade immer drauf. Da hast du eh schon 120 gefasst und bist trotzdem noch überholt. Oh oh. Oh oh. Na gut. Einmal hat es funktioniert, dann zweitens nicht mehr. Ist weder mein Truck noch mein Trailer. Also okay. Straf habe ich keine zahlen müssen. Du mal lieber ein bisschen die Aussicht genießen. Das schaut ja wunderschön aus mit den Feldern da. Fast nur ein Ford-Ford kommst du mit dem Zugdruck. Das ist vor mir jetzt ein Ford-Mondeo, glaube ich. Deswegen ist mir gerade dieser Schmuch eingefallen. Aber solche Sprüche gibt es ja für so viele Marken. Zum Beispiel, heute ohne nennenswerte Defekte angekommen. Oder? Ja, für den BMW gibt es sogar mehrere. Bayerischer Müllwagen bei Mercedes weggeworfen. Oder... Fällt mir noch irgendwas ein? Hm. Ich muss mich überlegen. Aber ich glaube eher, ehrlich gesagt, fällt mir nix mehr ein. Kennt sie hier irgendwas? Was? Ja, einer fällt mir noch ein. Völlig wertloses Gefährt ohne logische Funktion. VW Golf. Aber sonst fällt mir eigentlich nix mehr ein. Falls ihr noch was kennt, ab in die Kommentare damit. Und dann ein bisschen was zum Lachen haben. Sag einmal, was schleicht denn du so... Und da vorne müssen wir eh schon abbiegen. Hallo lag, du bist mir schon echt abgegangen. Hat er schon lange nicht mehr gelaggt, das Spiel. Glockenfeld Oh, fahren wir doch noch Autobahn. Aber ich glaube jetzt ist es noch weit. Oder? Ja, 30 Kilometer noch, sagen wir gleich. War halt sehr viel Langstrasse jetzt dabei. Ich glaube es regnet schon wieder. Merken tue ich halt davon nichts. So, auf die Gefahr hin, dass das Spiel jetzt abstürzt dabei. Gehen wir mal nicht in die Audio-Einstellungen. Schattenqualität, Wetterqualität, Mittel. So, stellen wir es mal auf hoch. Oder liegt es an der Map? Normalerweise sollte ich jetzt eigentlich nichts mehr sehen. Willkommen in Dresden. Ja, vielleicht sind die Effekte erst wieder beim nächsten Regen da. Wer weiß. Ja, vielleicht ist es. Immerhin brastelt es ans Pfarrerhaus. Aber... Die Scheibenwischer brauchen wir nicht. Gut. Dann packen wir die Kisten einmal. Hat keiner gesehen, dass ich da dagegen da bin, oder? Ja. Das war's. Gut, dann gehen wir ab. Gute Arbeit? Warum noch gute Arbeit? Okay, scheinbar habe ich einen Trailer beschädigt. Okay, von mir aus. Der brechliche Fracht. Ja, Freunde, das war's für heute. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.